Yo, liebe Leute, ich hab gestern 14 Stunden am Stück Luigi's Balloon World gespielt und habe das höchste Level erreicht, Level 50, sprich 50 Sterne erreicht in den Statistiken und ich werde euch erklären, was ihr danach freischaltet, was passiert, wenn ihr das höchste Level bei Luigi's Balloon World erreicht und auch wie ihr es am schnellsten erreicht. Und Leute, ich mach das wirklich nicht oft, aber für die ganzen Mühen bitte ich euch mal den Daumen nach oben rein zu donnern, weil das DLC ist nicht mal ein Tag alt, Leute. So, ich zeige euch jetzt mal erstmal den Moment, wo ich Level 50 geworden bin und dann zeige ich euch, wie ich es am schnellsten gemacht habe. Also für Level 50 gibt es ganz normal 1250 Münzen als extra, was jetzt nicht so viel ist. Und dann ein kleiner Dialog von Luigi, der sagt, du bist fantastisch, Bruder, du hast den allerhöchsten Sternenrang erreicht. Vielen, vielen Dank, dass du dich für mein Spiel so sehr ins Zeug gelegt hast und ich hoffe, du spielst weiterhin Ballonjagd. So, erstmal so viel dazu, Leute. Das war der kleine Dialog, den er uns gegeben hat. Das war jetzt ein, zwei Sätze. Ist ja noch nicht so prickelnd. Was passiert dann noch, wenn man Level 50 erreicht? Und das kann ich euch auch erzählen. Und zwar genau das gleiche, als wenn man alle Monde einsammelt. Da wird das Segel der Odyssee ja Gold. Und in diesem gleichen Goldton sind jetzt auch die fünf Ballons, die über Luigi schweben in jeder Welt. Sprich, man sieht in jeder Welt optisch, dass man den höchsten Rang erreicht hat, indem die Ballons Gold geworden sind. Und es sieht schon ziemlich cool aus. Ich habe versucht, in manchen Königreichen da eine Spiegelung drin zu erkennen und vielleicht ein Easter Egg zu erwischen. Aber in den Luftballons spiegeln sich lediglich die Welten von einem bestimmten Punkt aus. Ansonsten ist nichts passiert weiterhin. Ich bin auch ein bisschen überfragt. Vielleicht gibt es noch irgendwas, ich jetzt nicht gesehen habe auf den ersten Blick. Aber das war es erstmal zu dem, was passiert. Ich kann euch hier meine Statistiken einmal einblätten und dann erkläre ich euch, wie ihr Level 50 werdet. Und zwar seht ihr oben rechts erhaltene Münzen. Über 300.000 habe ich insgesamt gestern gemacht. 300.000 Münzen, Leute. Und ihr seht ja einmal, es ist unterteilt in Ballonsuche und in Ballonverstecken. Also es gibt insgesamt fünf Rubriken, wo ihr Sterne kriegen könnt. Pro Rubrik 10 Sterne, das bedeutet, ihr könnt Level 50 werden, beziehungsweise 50 Sterne insgesamt kriegen. Um das letzte Level zu erreichen, müsst ihr 50.000 Münzen in Ballonsuche erhalten, was nicht schwer ist. Ich habe 300.000 dort erlangt. 800 Ballons insgesamt finden, was das schwerste ist und was am längsten gedauert hat, weil 800 Ballons zu finden, ist wirklich eine dicke Menge. Eine Streak von 15 haben. Ihr müsst einen Ballon verstecken und müsst dadurch auch nochmal 25.000 Münzen erlangen. Und 800 Leute müssen an euren Ballon scheitern. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann seid ihr Level 50 und die Ballons von Luigi werden Gold. So, ich habe das Ganze im verlorenen Land gemacht, beziehungsweise im Lost Kingdom, weil hier einfach das so klein ist. Und ich immer so in 15 Sekunden den Ballon gefunden habe und ich wusste später schon genau, wo die Ballons sind. Es gibt da wirklich fünf Verstecke höchstens. Man sieht schon an der Meterzahl irgendwann genau, wo der ist und es ist wirklich dann nicht mehr schwer. Es ist wirklich nur zeitintensiv. Andersherum ist es aber so, wenn ihr einen Ballon versteckt, macht es Sinn, ihn möglichst schwer zu verstecken. Ich habe das Ganze mit einem kleinen Trick gemacht und zwar im Cascade Kingdom habe ich meinen Ballon out of Map, beziehungsweise out of Bounce versteckt mit einem Glitch. Ihr seht hier, wie ich ihn platziere und dann seht ihr hier wiederum, wie Ted Dash versucht ihn zu kriegen und es ist wirklich schwer. Dafür müsst ihr halt dieses Role Cancelling beherrschen und müsst es noch in der Zeit schaffen. Ist bis jetzt nur allem gelungen. Der gute Bissi, ein Abonnent von mir, hat es geschafft, hat mir auf Twitter denn seinen Clip geschickt. Ihr könnt es ja auch mal schaffen, im Cascade Kingdom meinen Ballon zu finden. Ich habe hier den Code eingeblendet, den könnt ihr ja eingeben. Ansonsten war es das mit dem Video, Leute. Wie gesagt, über den Daumen nach oben würde ich mich freuen, weil das echt viel Mühe gestern war. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.